Hallo zusammen, ich bin der Jonas. Ich möchte mich ganz kurz heute vorstellen. Ich bin mittlerweile seit gut drei Jahren im Unternehmen Mai. Ich bin hier Abteilungsleiter, also zuständig für den Einkauf hier im Sportbereich. Es fällt mir natürlich, auch wenn ich hier jetzt in den leeren Laden schaue, tut mir das natürlich ganz besonders da, dass Sie als unsere Kunden nicht da sind für ein nettes Gespräch und natürlich auch für ein nettes Verkaufsgespräch. Ich möchte Ihnen trotzdem was ganz Neues vorstellen. Wir haben seit einer guten Woche eine ganz neue Laufanalyse für Sie. Und wie man draußen sieht, ist herrlicher Sonnenschein und die Laufsaison kann jetzt richtig voll beginnen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Laufsaison auch in vollem Gange ist, wenn wir wieder für Sie geöffnet haben. Vielleicht kennt es der eine oder andere von Ihnen schon. Wir wenden es hauptsächlich im Skischuhbereich an, diese statische dreidimensionale Analyse. Diese dreidimensionale Analyse beinhaltet alle wichtigen messbaren statischen Werte. Also man kann hier ganz gut sehen, ich habe gerade eben noch mal ganz kurz für Sie meinen Fuß gescannt. Man kann die Fußlänge zum Beispiel, die Breite, die Risshöhe, der Fersenumfang, Wadenumfang, also alle wichtigen statischen Parameter. Und jetzt haben wir eben was ganz Neues für Sie. Das ist die dynamische Fußmessung. Wir haben hier so ein Chip, den man an dem Laufschuh befestigen kann. Ich habe sie mal ganz kurz für Sie befestigt und am Vorher auch mal ganz kurz in einem kleinen Lauf hier die Analyse durchgeführt. Was heißt das für Sie? Also man sieht hier sechs wichtige Parameter, die ich Ihnen dann gerne auch im persönlichen Gespräch erläutere und die für Sie dann vor allem auch beim Laufschuh oder auch Nordic Walking Schuh, auch beim Wanderschuh von wichtiger Bedeutung sind. Was hier das Besondere ist, man kann einmal hier im Geschäft kann man diesen Chip am Schuh befestigen. Man könnte diesen Chip aber auch mit nach Hause nehmen. Also Sie können bei Ihrem Lauf zu Hause den Chip mitnehmen, 30 Minuten, eine Stunde bei Ihrem Lauf zu Hause an Ihrem Schuh befestigen und dann kann man die Parameter hier bei uns im Geschäft über eine USB-Schnittstelle auslesen und dann hier analysieren. Und ich denke, es ist eine sehr neuartige Analyse, weil man eben auch diese Echtheit der Messung hat. Ja, mit den Worten möchte ich mich verabschieden und freue mich, dass ich Sie dann hoffentlich bald wieder bei uns begrüßen darf. Ciao!